Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Anno 1800, Part Nummer 9, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und beim letzten Mal haben wir NBs entdeckt, ich lasse die Siedlung hier noch ein bisschen abbrennen, das kann die ganz gut. Wir haben hier die ersten Einwohner aufgebaut und ich muss sagen, so im Cut im Nachhinein kam es zumindest für mich selber so vor, als wäre ich ziemlich angepisst über die Gegend. Es ist zwar nicht meine Lieblingsgegend, aber vielleicht war ich beim letzten Mal doch ein bisschen zu streng mit der ganzen Region. Was ich gleich zu Beginn dieses Partes sagen möchte, die Feuerwehren haben wir ja gebaut, die habe ich noch gebaut. Ich weiß nicht, ob man es hört, aber ich bin ein bisschen erkältet, deswegen könnte es sein, dass sich das Ganze hier ein bisschen anders anhört. Ich mich vielleicht auch erkältet wirklich anhöre, ich weiß es noch nicht, wie stark das wirklich auffällt oder ob es gar nicht auffällt. Aber wollte ich mal im Vorhinein gleich sagen, weil es könnte sein, falls meine Stimme jetzt einen kompletten Ausfall hat, dass ich einen kurzen Moment was trinke. Mache ich normalerweise ungern, aber ich genehmige es mir einfach mal selber. Ich kann gleich mal genauer drauf eingehen, aber für den heutigen Part möchte ich erstmal erklären, was wir machen. Ich nehme auch nur den auf und den nächsten dann hoffentlich wieder, wenn ich soweit gesund bin. Ich würde gerne die ganzen Versorgungen hier machen, damit wir hier schon auf Stufe 3 kommen. Was wir da aber auch machen können, weil daran erinnere ich mich, haben wir noch die Kostümbildnerin beim letzten Mal gekauft, direkt am Ende. Die schicken wir jetzt mal rüber. Die brauchen wir nämlich dann in Kürze. Und dann bauen wir uns ganz schön im Cup auf. Ich, ähm, reparieren kann ich da noch nicht. Naja, die Schulen können wir schon bauen. Zumindest hier, ich muss mal gucken, ob eine ausreicht und ob wir das dann so rüber hauen können. Aber naja, ich habe auch mal in meinem anderen Spielstand nachgerechnet. Mir ist auch aufgefallen, jedes Mal, wenn ich gesagt habe, ich habe für mich gespielt, hat sich das, wenn man nicht jeden Part gesehen hat, so angehört, als habe ich den Spielstand hier kopiert und, ähm, weiter gespielt. Aber nee, ich habe einfach mit einem anderen Seed angefangen. Darum auch, äh, diese unterschiedlichen Ölquellen hier. Da hatten wir ja beim letzten Mal das Problem. So, äh, ich reiße mal ganz kurz die ab. Und zwar, ich habe nachgemessen, 42 sollten es sein. Logisch, weil 42 ja die Zahl auf alles ist. Äh, das ist jetzt aber nicht so praktisch. Also, das war die originale Ringe. Man kann es so ein bisschen runterziehen. Damit kommt man halt ganz gut hin. Darum würde ich fast dabei bleiben. Weil dann kann man hier das hier auch noch versetzen. Das muss dann natürlich auch noch ein bisschen runter. Aber, ähm, das können wir machen. Und lieber jetzt am Anfang relativ genau sein, als dann im Nachhinein das Ganze zu bereuen. Ähm, so, jetzt gehe ich mal kurz hier hin. Das heißt, ab... Hier reißen wir eigentlich ab. Das mache ich dann mal ein anderes Mal. Äh, so, und... So. Und dann noch das hier. Sehr schön. Damit ist jetzt auch alles wieder verbunden. Ja, die setzen wir mal runter. Ähm, eigentlich müsste es so sein, dass die dann hier genau anecken. Das wäre die optimale... Oh, ich habe ja hier schon gebaut. Ähm, ja, werde ich aber nochmal abreißen. Aus dem Grunde... Ich glaube, ich plane die Schweinefarmen gleich mit den Farmmodulen. Da müssen wir zwar ein bisschen mehr Weizen herstellen. Ich weiß gar nicht genau, wie viel. Aber, ähm... Gucken wir mal. Möchte ich dann die Schweine überhaupt hier hinstellen? Und das ist so die Frage. Ich würde vielleicht sogar hier... Hierhin? Ja, warum nicht hierhin gehen? Hierhin ist, glaube ich, ein ganz schöner Ort. Ähm, also, das würde dann wie folgt aussehen. Wir nehmen Ozeen Lehm. Na gut, ähm, apropos Lehm. Können wir noch nicht aufstocken. Dann beginne ich schon mal. Kann ich die schon bauen? Ich kann sie planen. Die Speicherstadt. Äh, hier drüben. Da kommt das noch weg. Äh, kann ich schon mal mit Glas anfangen? Haben wir dafür die Ressourcen? Wir haben ja ein paar Bonus-Arbeitskräfte. Weswegen ja so ein bisschen was möglich sein sollte. So. Und dann... Zack. Zack. Achso, wir brauchen aber auch noch das. Ja, dann geht das nicht. So. Damit stellen wir schon mal ein bisschen Glas her. Dann können wir das hier hochschrauben. Und können jetzt uns den Schwein zuwenden. Äh, Schema ist dann ganz einfach. So. Ändert nicht viel, aber ich glaube, der Output wird dadurch schon um einiges größer. So, dann, äh, können wir mal kurz planen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie damit das optimale Produktionsverhältnis ist. Wir müssen gleich mal schauen. Äh, erstmal... Das da... Erstmal schön Wege ziehen. Etwas, was in Anonil vergessen werden darf. Ähm, Moment. Sehr schön. Das gefällt mir. Ich muss auch aufpassen. Ich muss mal immer wieder die Karte skippen. Äh, nicht nur, weil wir gucken müssen, was wir hier machen, sondern auch, weil mir aufgefallen ist, ein Song in... Im ganzen Spiel wird immer gern geclaimed. Und die geben das nicht frei. Das ist sehr gemein. Das hatte ich auch noch nie. Ich hatte sogar, ähm, bei Watch Dogs, ein sehr altes Projekt von mir, ein, äh, das war mir schon im Vorhinein klar, ein gecopyright-claimeder Song drin. Aber der wurde sogar manuell freigegeben. Also das war ein richtiger Musiksong, sage ich jetzt mal. Kein Spiele-Soundtrack. Ne, warte mal. War gar nicht... War es Watch Dogs oder war es Cyberpunk? Ich glaube, es war Cyberpunk. Aber, äh, das hat mich gefreut. Und dieser Ingame-Song hier wird nicht freigegeben. Nur so nebenbei. Ähm, wie viel brauchen wir denn? Wie viel möchte ich denn? Wir werden später einiges brauchen. Wir brauchen auf jeden Fall genug für Wurstwaren. Und dann brauchen wir natürlich noch Seife. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. So, haben wir neun. Eins, zwei... Vielleicht reichen da sechs aus. Wir hätten neun. Und dann brauchen wir dafür noch was. Können wir das hier hin machen? Ja. Hm, dann können wir mal einen Marktplatz hier hin bauen. Und... Hier hin. Kopieren nochmal das. Im Notfall haben wir halt zu viel hier. Ist ja kein Thema. Und dann gehen wir auf Seife. Äh... Eins, zwei, drei, vier. Eins. Zwo. Dann gibt's halt den Weg doppelt. Kann ich denen jetzt auch nicht helfen? Dann machen wir es so. Also, beziehungsweise hier kann man vielleicht irgendwas anderes reinmachen dann. Später... Äh, das brauchen wir nicht. Das ist verbunden. Okay, passt. Passt, passt, passt. Gut, dann bauen wir mal. Ähm... Ich baue mal die sechs Stück hier. Daraus machen wir mal... Erstmal werden wir Bretter haben. Etwas. Wir haben hier auf jeden Fall noch eine gute Bretterproduktion. Ähm... Weizen würde ich gerne hier oben bauen. Äh... Da werden wir erstmal ein bisschen... Ja, da beginnen wir erstmal hier, würde ich sagen. Aus dem Grund, weil später wird das Ganze noch mit Items ergänzt. Da werden wir nochmal das neu aufbauen. Darum lohnt sich das gar nicht. Gerade so im gigantischen Maßstab. Wobei wir natürlich... Einerseits Brot brauchen. Klar. Da gehen wir mal mit sechs Stück vielleicht. Wobei sechs Weizen... Also sechs Mühlen ist vielleicht viel. Vor allem werden die später auch ersetzt. Ähm... Ich baue mal das hier hin. Und dann gehen wir mal mit... Eins, zwei, eins... Äh... Wenn hier würde ich hier auch gerne ein bisschen Platz haben. Du bist keiner, der sich die Hände schmutzig macht. Leider. Hm. Das tut mir natürlich leid. Dass ich nicht ihren Anforderungen entspreche. Äh... Äh... Ne. Das dann so. Eins, zwei. Achso. Okay. Wir müssen das hier rübersetzen. Ähm... Nehmen wir mal drei. Drei. Also sechs. Und zehn. Also zehn Stück insgesamt. Das hört sich erstmal nach einer guten Brotproduktion an. Man könnte auch das hier noch machen. Aber solange wir, ähm, die Mühlen noch brauchen, machen wir es mal so. Dann kann man die Weizenproduktion hier vielleicht so ein bisschen hin verlagern. Weil wir brauchen ja auch noch Bier. Darum, äh, mache ich es hier gerade ein bisschen umständlicher. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs... Sieben, acht, neun, zehn. Damit könnten wir die fünf versorgen. Und damit könnten wir die zehn versorgen. Passt doch, oder? Drei, sechs, neun, zehn. Das passt. Äh... Hier können wir noch ein Lagerhaus hinstellen. Dann können wir aber das doch wieder hier rüber stellen. Weil kommt ja noch an. Beziehungsweise man kann sogar hier die mal weg machen. Und dann eins, zwei, drei. Damit kommen die auf jeden Fall besser da ran. Ja, sogar das letzte. Ähm... Hier drüben dann, wie gesagt, nutzen wir das Ganze für... Äh, Bier. Da kümmern wir uns gleich drum. Jetzt machen wir natürlich erstmal nicht die ganze Produktion. Die brauchen wir ja noch nicht. Ähm... Beziehungsweise das können wir sogar hier runter mal verlegen. Ist ja nur vorübergehend. Äh... Das dann da hoch. Ich mag das hier in dem Spiel. Das ist eine Neu... Ist die Neuerung... Doch, die ist in dem Spiel gekommen, gell? Diese Module gab es ja schon in 22.05, glaube ich. Aber ich glaube, dass mir... Also, ähm... So Module wie bei den Schweinen, meine ich. Ne, warte mal. Die gab es schon vorher. Die gab es auch schon in 22.05. Was waren die Gro... Ich erinnere mich an eine große Neuerung aus so alt. Jetzt bin ich gerade komplett verwirrt. Die Module gab es, glaube ich, in 2070 schon. Zumindest erinnere ich mich daran. Ich glaube, die Algenfarm und so, unter Wasser, war da so ein Modul oder die T-Produktion bei den... Oh, wie hießen die denn nochmal? Die Eden Initiative? Ich glaube, so hießen die. Ähm... War auf jeden Fall ganz cool. Und 22.05 hatte... Hatte die... Die Arbeitskraft, glaube ich, das erste Mal, gell? Ich glaube, das ist eine Neuerung aus 22.05 gewesen. Das Spiel war ja allgemein nicht so beliebt. Ich mochte das Setting auf jeden Fall. Ich fand das eigentlich ganz cool, dass man... Äh... Nee, die hatte... Das hatte die verschiedenen Season. Also Mond, Äh... Arktis und... Und, 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 und... Ganz normales Biom. Und dann gab es noch Tundra durch den DLC. Und diese Orbitstation, glaube ich. Ich glaube, das war's. So, das müsste unsere Maskenschneiderin sein. Ich glaube, das war die Neuerung. Aber vielleicht irre ich mich auch da wieder. Passiert. Ich mochte es auf jeden Fall. Klar, es ist vielleicht nicht mein Lieblings-Anurteil, aber ich finde, man muss die auch immer ein bisschen einzeln sehen. Es ist zwar ein Franchise, aber dadurch, dass die... ...Settings so komplett unterschiedlich sind... Aber ja, es war nicht das komplizierteste Anurteilung. Das, glaube ich, kann man allgemein sagen. Egal, wie sehr man es mochte. So, dann haben wir das mal gerade gemacht. Dann machen wir doch mal die ersten vier. Damit kann man die zwei machen und dann kann man die vier machen. Und dann machen wir das so, so. Und... Äh... Hier wollte ich noch irgendwas, gell? Ach ja. Wir brauchen Bewohner anscheinend. Fünf. Zack. Zack. So, jetzt da Upgrade-Party. Ach Gott, da ist... Es brennt immer noch? Habe ich nicht genug Feuerwehren? Oder brennt es schon wieder? Ich glaube, hier gibt es wirklich Bereiche, die nicht abgedeckt sind. So, ich brauche unbedingt mehr Bewohner. Brot kommt, Wurst kommt. Äh... Ach so, solange die Schule nicht da ist, natürlich. Ähm... Seht ihr den Lebensbalken noch? Ähm... Jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Ich glaube, die Schule brennt ab. Hm. Schade aber auch. Äh... So, wir haben Holz wieder. Gebäude wurden zum Rauch des Namen. Äh, ich muss mal gucken, dass ich hier alles mit diesen Grunddingern da versorge. Zerstört das Gebäude. Aufstieg nicht möglich, weil Bretter fehlen. Haben wir die noch auf... Ja, die haben wir noch auf Plus. So, es reicht aber jetzt einwohnermäßig zumindest, um die ganzen Gebäude zu versorgen. Ähm... Ach, hier fehlt ja Weizen. Stimmt, ja. Wir müssen ja ein bisschen Weizen Plus produzieren. Äh... Dann mach doch mal... Reichen da zwei? Ich müsste mir halt echt das anschauen, wie viele die brauchen. Ein Konkurrent hat eine Siegelung errichtet. Das kann... Ach nee, wir haben ja zwei mittlere Computergegner dabei. Ich wollte gerade sagen, das muss ja Hugo sein, aber... So, der Song ist echt nice. Also ich muss sagen, auch wenn mir der... Äh, irgendein Song immer geclaimt wird. Anno hat einen richtig, richtig geilen Soundtrack. Kann man... Kann man sich geben. So, äh... Jetzt, glaube ich, geht aber alles klar. Ich hoffe es zumindest. Ist jetzt aber ein bisschen blöd. Warum bin ich eigentlich nicht gerade auch? Ach, egal. Würde ja eh irgendwann gemacht. Ähm... Wir könnten die Ölquelle anschließen in der Theorie. In der Praxis würde ich das erst noch lassen. So. Es gibt einen 100% Boost, oder? Fünf. Fünf Minuten für was? Für ein Weizen? Für fünf Weizen? Für ein Weizen? Das wäre krass, weil dann würde... Eins für fünf reichen. Dann reicht das theoretisch, was wir oben haben. Aber ich weiß nicht, ob ich das richtig jetzt rechne. Wahrscheinlich nicht. Die Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall groß. Äh, warum wollen die da oben nicht aufsteigen? Sag mal. Euch fehlt ein Marktplatz. Hm. Was macht man da? Wir könnten anfangen mit den Steinstraßen natürlich. Hier alles upzugraden. Aber... Wie viel... Ob das wirklich dann schon erreicht, ist halt die Frage. Du bist ein Fuchs. Ja, das weiß ich. Ich weiß nämlich, äh... Wie man Steuern spart. Da gibt's so einen YouTuber, der hat da ein Tutorial gemacht. Entschuldigung. Werden jetzt nur ein paar vielleicht verstehen. Wenn ihr es nicht versteht, seid froh drüber. Haus freigegeben. Ähm. So. Gehen wir mit minus 10. Ah, nee. Wobei, jetzt weiß ich halt nicht, wie die Propagandamenge ist. Habe ich kurz, wenn ich wegklicke? Oh, ja. Okay, ja, nee. Wir veröffentlichen das so. Damit die glücklich sind. Ähm. Ups, nee. Speichern wollte ich jetzt eigentlich nicht. Da habe ich die falsche... Den falschen Shot. Na. Hallo. Ähm. Gut, dann halt so. Irgendwie wollte meine rechte Maustaste nicht. So. Wie viel haben wir noch? 25. Wie sieht's denn aus? So upgrade-mäßig. Hallo. Äh, Tastatur. Geht meine Tastatur nicht mehr? Na ja, gut. Dann spiele ich mit der Maus. Ähm. Interesting. Also, ich kann hier drücken. Ach doch, die Pfeiltasten. Äh. Okay, meine Shortcuts gehen nur nimmer. Heute läuft's. Ich bin krank und die Shortcuts... Äh, Keys wollen nicht. Aber ich bin zum Glück nicht so krank. Also, ähm. Hallo, ich drück das Gebäude hier an. Das sieht man ja auch. Ähm. Hat das Spiel ein Problem? Äh. Ich speichere mal und wir laden nochmal. Wobei, wenn ich jetzt lade, glaube ich, stürze das Spiel. Ach, jetzt geht's wieder. Okay. Ähm. Ist nämlich immer so ein Fehler. Den ich hab. Könnte an einem der Mods liegen. Ähm. Ne, ich bin nicht wirklich krank. So am Dienstag fing's an. Ähm. Bisschen Halsschmerzen. Und... Ja, jetzt kam noch eigentlich so eine laufende Nase hinzu. Und das war's dann eigentlich. Ich fühl mich auch nicht wirklich krank, muss ich sagen. Ähm. Wenn's nach dem Gefühl ginge, würde ich auch, äh, aktuell Sport machen. Aber ich weiß natürlich, wie, äh, schädlich das sein kann, wenn man krank ist, Sport zu machen. Das Risiko besteht einfach auch auf einer, ähm, Herzmuskel-Erkrankung? Herzmuskel-Schwäche? Oder, shit, das sollte ich eigentlich jetzt wissen. Ähm. Ja, darum, wenn ihr krank seid, ruht euch aus. Ich schau mal, vielleicht geht's morgen wieder. Aber, ähm. Oder zumindest langsam, aber... War eigentlich gut, dass ich heute und die letzten Tage nix gemacht hab. Das war ganz gut. So, ähm, kommen... Kommen die Sachen an? Die Schule müssen wir jetzt natürlich wieder aufbauen. Das wird teuer. Hm, wir können ja eigentlich... So gucken. Äh, Brot. Oh, Brot müssen wir mehr machen. Okay. Brot brauchen die ganz schön. Äh, Seife... Wollen die auch mehr? Wie sieht's Wurst aus? Wurst... Auch mehr. Okay. Okay, okay, okay. Ähm, das bedeutet, wir machen erstmal... ...euch. Das müsste ja passen. Von dem Hof und allem. Achso, da fehlen mir jetzt die Ziegel. Äh, shit. Wie viel wollten die jetzt? Müssen wir gleich mal schauen. Wir brauchen auf jeden Fall Rohstoffe. Haben wir hier irgendwas? Oh, ich bin ja... Ich hab ja mitgedacht. Mein Vergangenheits-Ich hat mitgedacht, dass... Was macht der hier? Woher kommt der? Ähm, oh ja, das ist die Maskenbildnerin. Du kannst mal zurück zu dem Typen. Oh, wir haben schon 1,17 Millionen. Äh, stabile Summe. Damit kann man sich auf jeden Fall schon was kaufen, wenn das Schöne ist, Sachen im Angebot sind. So, hier oben, Stahl pausiert. Das wundert mich auch. Normalerweise hab ich immer Stahlprobleme. Äh, zack. Und dann gehen wir noch mit den beiden. Reicht das dann? Ups, falsche Taste gedrückt. Äh, das reicht. Gut, dann gehen wir jetzt noch hoch. Und machen noch... ...die nächsten 4. Zack. So. Bin mal gespannt. Das sollte ja jetzt auch reichen, gell? Ja, auf 8 geht's. So, das heißt, wir haben noch ein bisschen Platz. Nach oben. Das ist sehr schön. Äh, ja. Fehlt dann eigentlich was. Wir können natürlich Bier machen. Weil ich glaub, das war's an Produktion bis auf die Schule, gell? Ja. Das heißt, heute schaffen wir auf jeden Fall die dritte Stufe hier zu erreichen. Das war mein Ziel. Zumindest, wenn wir noch genug Baumaterial einsam kriegen für eine Schule. Dann können wir uns aber schon mal zumindest dran machen, die Bierproduktion zu planen. Ähm, die Frage ist jetzt natürlich, könnte es sein, dass wir hier noch ein paar mehr brauchen? Eins. Zwo. Machen wir mal so. Das sollte ja trotzdem hinhauen vom Verhältnis her. Das heißt, hier könnt noch... Ja, das geht aber nicht. Ähm. So, und dann vielleicht... So. Kann man ja hier nach oben noch erweitern. Ähm. Dann, Bierproduktion bedeutet 30 und du brauchst eine Minute. Das heißt, vielleicht mal 2. Und dafür können wir dann 1, 2... Ups. Nein. So möchte ich es gern. Vier. Äh. Äh. Ja. 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 Kannst du machen. Ist keine wirkliche wichtige Insel für uns. Darum geht das. So. Dann kann man das hier drüber machen. Ähm. Ja gut. Man könnte auch sagen, man baut das Weizen hier an. Meint ihr, das reicht vom Platz hier? Mach mal das hier weg. Ne. Was führt sie zu uns? Ich weiß, die meckern jetzt gleich. Aber. So. Und dann. Zack. Zack. Ups. Das hier ist noch zu viel. Und dann. Ah, jetzt gehen die Shotcuts auch wieder. Äh. Passt. Perfekt. Dann kann man 1, 2. 2. 3. Aber beides kommt hier ja gar nicht hin. Ähm. 1, 2. Dafür brauchen wir ja auch gar nicht so viel. Das meiste, was wir brauchen, ist Hopfen. Ähm. Ja, man kann ja ein bisschen zusammenrücken. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Perfekt. Ob das am Platz reicht? I doubt it. Äh. Äh. Hier oben dann. Das würde aber bedeuten, man braucht hier die Doppelte. Und das würde bedeuten. 3 Stück für. Ne, warte mal. Ist auch 2 Stück für. Also für 2 brauchen wir 3 von denen. Äh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und das jetzt noch doppelt so häufig. Also so. Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Erstmal gucken, ob hier unten das Weizen hinpasst. Das passt locker. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn nicht. Das auch. Äh. Erstmal so. Und dann das. Ne, wirklich nicht. Weil ich das immer ablehnen bente. Dann merkst du es. Oder merkst du es überhaupt nicht. So. Die Hälfte hat hingepasst. Glückwunsch. Ähm. Aber wir könnten. Ja. Äh. Reicht 1 noch? Hm. Ne. Außer man macht hier hin. Das geht natürlich auch. Dann nimmt man die 2 da unten noch. Und dann fehlt nur noch 1. Und baut die 2 da unten. Also einfach mal extra. Man muss ja glaube ich nicht mit der größten Bierproduktion erstmal durch starten. So. Das Gute darin ist natürlich, die brauchen ein bisschen weniger Felder. Hm. So zum Beispiel. Äh. Äh. Zack. Dann. Nein. Da fehlt noch was. Es passiert mir öfters gerne mal. Dass hier noch so Lücken bleiben. Und ich mich dann frage. Hey. Ich hab doch alles gebaut. So. Jetzt müssen wir dran denken. Dass hier oben. Hinzu ist. Also hier kommen wir jetzt nicht mal vorbei. Ist ein bisschen verschenkter Platz. Aber irgendwann wie gesagt. Werden wir das Ganze hier mit Items machen. Ähm. Weil wir ja wie gesagt das Weih. Also mit dem Weizen. Mit dem Hopfen. Der wird dann einfach an eine andere Stelle kommen. Aber so gefällt es mir nicht. Weil ich hab hier noch ungenutzten Platz dazwischen. Ähm. Leute gehen auf die Barrikaden. Hier. Wünsche viel Spaß. Äh. Wo haben wir denn jetzt noch den gebraucht? Siegel zum Aufrüsten. Haben wir das noch irgendwo gebraucht? Wir sind doch rundum glücklich. Ach ja. Für die Schule. So. Dann beeil dich mal. Weil ich möchte gerne noch aufsteigen. Ich mach mal 2 der Geschwindigkeit. Ähm. Wo war ich stehen geblieben? Ja. Wir werden es ja auf jeden Fall für die Weizenproduktion machen. Weil Weizen äh. Brauchen wir ja auch für. Beispielsweise jetzt andere Farmen. Die wir es jetzt genutzt haben. Ich weiß nicht ob es sich wirklich lohnt. Ähm. Das ist das erste Mal. Dass ich mit diesen Farmen eigentlich spiele. Sonst hatte ich nur einfach den DLC. Das ist auf jeden Fall gut für Ubisoft solche Spieler. Die erstmal kaufen. Egal was angeboten wird. Wobei die kosmetischen DLCs habe ich nie gekauft. Da habe ich nie. Also war für mich nicht der spielerische Mehrwert. DLCs bin ich eigentlich immer gern bereit. Äh. Wenn sie gut sind zu kaufen. Und bei Anno kann man fast sicher sein. Dass das gut ist. Ich muss sagen. Anno hat sich ja auch ähm. Vieles kritikmäßig zu Herzen genommen. Ich erinnere mich damals an 2205. Der letzte DLC war eigentlich geplant. Also es hieß mit dem Season Pass kriegst du jeden DLC. Und dann der letzte war eigentlich geplant. Dass er gar nicht reinkommt. Weil der sozusagen noch ein Bonus DLC war. Irgendwie der nicht geplant war. Ähm. Korrigiert mich wenn ich falsch liege. Aber dann nach dem Spieler Feedback. Äh. War Ubisoft. Oder Ubisoft Mines. Bluebyte. Wer auch immer dafür zuständig ist. Die haben dann gesagt. Ja die Spieler kriegen es im Season Pass. Also ähm. Eigentlich sehr schön. Ich hätte es auch gekauft. Ich glaube der war eine Zeit lang auch im Kauf normal. Und dann hat es jeder der es einzeln gekauft hat. Da hatte ich es aber noch nicht einzeln gekauft. Ähm. Das Geld zurückbekommen. Ich glaube so war das. Ist schon ein bisschen her. Weil wann ist 2205 rausgekommen? 2015 oder so. 2019 kam ja Anno 1800 raus. Ja. Könnte so 2015 gewesen sein. Ich weiß für die damaligen Verhältnisse war es auf jeden Fall ein sehr schönes Spiel. Aber ist Anno 1800 auch. Ey dieser pöbelnde Mob. Dieser Mob. Äh gut wir können aufsteigen dachte ich. Die Seife fehlt? Warte mal habe ich. Ja stimmt Seife hat auch gefehlt gell. Fehlende Ware. Hm. Wir können oder können wir hier Weizen anbauen. Das wäre also flächenmäßig. Zart können wir natürlich hier aussäen. Aber wie sieht es aus mit der Fläche? Weil eigentlich kann man dafür ja gut sowas nutzen. Ähm. Dann müssen wir oben uns gar keine Gedanken machen. Müssen wir anscheinend auch nicht weil es geht. Das heißt ich baue mal eins hier hin. Eins hier hin. Dann gehen wir erstmal straight nach oben. Füllen hier die Fläche aus. Gehen hier straight nach oben. Und füllen hier einfach die Fläche aus. Dann kann man das hier vielleicht noch nutzen. Äh. Äh. Ja nicht ganz. Vielleicht gehen wir noch eins nach drüben. Auch hier weg? Nein weg. Äh. Wir gehen hier nach oben. Gehen halt hier einfach nach drüben vielleicht. Das würde auch schon wahrscheinlich einiges bringen. Und dann können wir hier noch was bauen. Genau das passt dann hin. Sehr schön. Oh. Ja. Das will ich auch nicht. Gut. Ganz so. So. Ja. Äh. Dann machen wir die beiden einfach. Ja oder machen alle drei. Warum auch nicht. Ähm. Reicht sie? Ja jetzt komm. Wir beeilen uns mal. Das darf jetzt nicht an der Seife. Was? Arbeitskleidung? Ja jetzt geht aber alles los. Wir enden hier nichts. Bevor wir hier nicht die Stufe erreicht haben. So. Viel Spaß mit der Arbeitskleidung. Fisch. Verarschen mich jetzt oder? Let's go. Klar. Vielleicht habe ich mich ein bisschen. Verkalkuliert. Aber wir müssen halt alles auch in groß aufbauen. Äh. So einfach. Fisch. Äh. Tschüss Schiffe. Das wollte ich sagen. Ja. Können vielleicht ein bisschen viel sein. Ich gebe es zu. Wobei. Dann kann man hier auch noch was wegbauen. Weil hier kommt ja später dann. Die großen Hafenanlagen hin. So. Komm. Jetzt aber. Das mit der Lebensqualität können wir noch nicht machen. Weil wir ja die Postämter und so nicht machen können. Das mit dem Rum können wir vielleicht bald machen. Das könnte ich mir vorstellen. Weil. Rum ist gar nicht so kompliziert zu besorgen. Vor allem jetzt nicht mit der Hacienda. Das wird. Das macht es um einiges einfacher. So. Der Aufstand können wir. Ne. Dafür fehlt uns Glücklichkeit. Schade aber auch. Äh. Können wir aufsteigen? Ne. Ich baue hier nochmal eine Schule. Weil wir es können. So. Es fehlt immer noch in Klamotten. Ich weiß nicht. Ob es. Wirklich zu wenige. Oh ja. Das sind aber deutlich zu wenige. Ich habe mir mal gesagt. Das könnte problematisch werden. Aber. Boah. Wie viele Arbeiter das auch frisst. Ähm. Ja. Warten wir mal ab. Dann würde ich aber sagen. Auch wenn das jetzt. Nicht für mich eigentlich passt. Aber. Beende ich halt den Part. Passt 333. Ich glaube schon. Gell. Nein. Das ist sehr schade. Muss ich mir was einfallen lassen. Ähm. Sehr gut. Das werden wir beim nächsten Mal machen. Wir sind mit Problemen gestartet. Mit Problemen enden wir. Also am Anfang war es ein Feuer. Jetzt sind es Aufstände. Ähm. Ich weiß nicht genau. Weswegen. Ja. Wobei. Vielleicht sollten wir während wir Aufstände haben. Nicht alles so hoch schrauben. Das ist vielleicht noch eine Idee. Aber. Die sollen sich auch mal nicht verhaben. Nun gut. Ähm. Ich sag. Ach ne. Das sind die extra Einrichtungen. Ich dachte schon. Einmal können wir noch upgraden. Aber. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Wir haben alles vorbereitet. Auch mit dem Bier. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Äh. Beim nächsten Mal bin ich wieder hoffentlich gesund. Äh. Ich wünsche euch. Dass ihr gesund bleibt. Macht's gut. Bis zum nächsten Part. Habt eine wunderbare Zeit. Tschüss. 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 Vielen Dank.